Halli, hallo, Hallöchen, da sind wir wieder und ähm, wir warten gerade noch auf den Zehnten, wir sehen aber noch einsteigt, wenn nicht, auch nicht so, oh, er ist eingestiegen, okay. Okay, wir warten noch auf einen, der schladen muss, eigentlich ein bisschen, hm, weil ich bin auf einem europäischen Server, eigentlich, also Westeuropa, tatsächlich, und zurück zum Matchmaking, schön, kann ich noch antworten, hm, kann ich mal, das ist genau dann, immer wenn man spielen will, sind die anderen auch, haben die anderen keine Beschäftigung, wollen mit einem schreiben. Ja, auf den nächsten Alt-Pick, wenn diesmal alle laden, äh, ist halt immer, immer die Frage, ähm, ja, ja, so, wollen wir mal sehen, ob wir wieder Clinks spielen sollen, ob das diesmal so gut geht, markiere ich mich mal für Clinks for Offlane, alles gut. Lone Druid, Bounty Hunter, okay, nicht mal, oh, jetzt hat man ja die Gülle empfangen, wunderbar, ähm, Das ist so ärgerlich. Lone Druid. Lone Druid. Lone Druid. 10 Seconds to pick. 5 Seconds remain. Night Stalker. Ne. Nehm ich lieber noch einen Ward und eine Mango. noch eine Mango und noch eine Clarity mit. Nehm ich lieber noch ein Wiederholfen. Das ist so. Ja. Was haben wir? Gut,ги. noch eine, weh. noch eine, du bist? Hmm. Select a hero, please. Your pick. Ah, okay. ach man wenigstens etwas ja loan droid muss jetzt nur noch auf top kommen dann sind wir doch golden hoff ich zumindest ja gut ich bin mit schädel und hex immer eigentlich recht gut dabei was timberson draw kommt in die mitte immer recht sicher das draw in die mitte kommt und wie war oft wenn dann auf die acht verkauf ist ja egal interessiert ja keinen das hat ja keinen das ist noch lange nicht wahrscheinlich loan droid außer er ist gut wenn ich gucke der hat schon ein fail drauf ach so die anderen sind okay ja die haben schon ein fail das muss nicht sein oh die ist eigentlich mit okay der muss da weeeeg könnten aber ein problem haben wenn wir wollen wir doch mal sehen ob hier einer ist komm schon ah dang it weaver ich hab shackle wieder bereit was ist denn mit dem los was ist denn mit dem los was ist denn mit dem los Wow. Okay. Erst beschweren und dann nicht auf den Last Hit gehen. Klasse. Oh. Bisschen zu weit vorne. Okay. Okay. Bisschen zu weit vorne. Bisschen zu weit vorne. Bisschen zu weit vorne. Ich glaub doch schon, dass es zu spät war. Dang it. Ich hab's voll verpeilt. Bisschen zu weit vorne. Komme ich noch hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, so knapp. Ah, okay. Rikki ist hier. Bounty, nicht Rikki. Bounty ist hier. Ja. Ja. Einen einzelnen schickt er los. Ich mein, Kleinvieh macht auch Mist, aber... So, diesmal richtig. Bei... 55. Bei denen. Und es gibt jetzt einen Sound dazu. Das ist recht interessant. Das ist tatsächlich sehr interessant. Dang. Hm. Ach so. Hm. Wollen wir doch mal sehen, dass wir uns da nix blockieren. Das mal mitbekommen, wenn uns da einer was klauen will. Jetzt könnte ich... Mit ein bisschen Glück... Bin ich noch rechtzeitig für den Stack da oben. Was zum... Ich bin hier. Ich bin hier. Ich gehe. Ha! Oh! Yes. Hm. 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 Okay, das ist knapp. Mit ein bisschen Glück komme ich weg. Achso. Ah, ist egal. Achso, jetzt gehe ich halt zurück. Kann ich auch noch die mitbringen? Ach, hätte ich mal die Boots gehabt, das wäre einfacher gewesen, ja. Ei, ei, ei. Ach, das war Lone Druid, okay. Hatte ich die Ace? Ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung, ist doch burscht, ich könnte die gleich stacken. Okay, ich habe es gestackt, das ist gut. Wir müssen nur gucken, dass wir das irgendwie... Dang. Ich muss nur aufpassen, dass keiner... ...denn... ...sonst keiner das Camp klaut. Ah, jetzt habe ich es natürlich gerade... ...grad verpasst. Oh, das war natürlich jetzt geil. Ups. Haha. 38, noch nicht. Okay. Nein. Dang. You just murdered your entire cold, unfeeling brute. Schade. Oh, vielleicht krieg ich den Stack hin. Jetzt natürlich nicht mehr. Hm, Bounty, du kriegst den nicht hin. Ah, dang it. Bounty, müssen wir mal gucken, ob wir den gleich... Der war doof. Ja. Sehr gut. Jetzt wäre die perfekte Möglichkeit dafür. Ja. 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 Oh shit. Oh shit. Shit. Was das keiner gesagt hat. War nicht gut. War genauso schlecht. Mhm. Das war dämlich mit dem Stack. Oh shit 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 shit. Dang it. Genau im falschen Moment. Ich glaub das sind Deutscher. Ah. Der dämliche Stack hat nicht funktioniert. Aha. Das ist so. Oder es hat für Sven funktioniert. Ich wusste. Hat nicht aufgepasst. Oh das könnte. Savage Roar. Ich kriege. Ähm. Na komm. Die sind alle. Ach, fuck. Nicht bekommen. Sicher ist sicher, dass wir da... Eaterlands, okay. Ich habe sie immer noch. TP habe ich jetzt nicht mehr ready. Hätte ich jetzt noch nicht? Na doch, wir werden ja gleich zurückgedrängt. Warten wir vielleicht doch hier. Na? Was willst du? Hey, shut the hell. Okay. So, wir sind auf jeden Fall an der Base dran. Ich hätte tatsächlich die... ...meine separate walls wahrscheinlich aufheben sollen. Je nachdem. Je nachdem, je nachdem. Achtenfeld. Oh, war das Weaver? Das war Weaver. Nein, zu spät. Neh, fast. Wahrscheinlich. Denke ich mal. Ah, scheiße, zu spät. Ja. Ich versuche den mal. Come on, tut. Oh, ich sollte mal. Weltsch den. Weaver, ja? Shit, 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 shit. Nein, Silence. Aha. Mist, Mist, Mist. Hätte ich sie nur gesetzt. Ich dödle. Das war sowas von nicht gut. Das war's von mir. Dang. Track. Danke. Dang. I accept your guidance. Mal hier irgendwo, indem er... Mist. Mist, Mist, Mist. Meine Reaktion war falsch. Da ist Bounty. Wenn er nochmal auftaucht, habe ich ein Problem. Du all got a Tompao? Come on, they will be waiting for him. Pay attention. Na, komm. A-ha. 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 Come on. A-ha. A-ha. So, komm schon. Dang it. You're middle town is under attack. Killing spree. Hmm. What? So. So. Das Problem ist, ich bin jetzt alleine, ne? Dann laufe ich noch ein wenig. Sollen sie mir doch hinterherlaufen? Dang it, ich hab's nicht alle gesehen. Okay. War ein Fehler. Aha. Schade, guide me. Bounty. Was? Irgendwie missgemacht. Was du brauchst, ist da. Come on, Night Stalker. You must be kidding me. Hätten wir den Ward vorher gehabt. Aber hatten wir halt nicht, ne? Irgendwann muss ich auch noch einen Forstaff hier haben. Das Plan. Wohl erstmal der Forstaff und dann können wir weiterreden über den anderen Kram. Fuck. Silenced. Nein. Hmm. you should not have crossed ahhh shit daaaang pfff junger, junger hätte ich nur Sven im richtigen Moment erwischt zu spät, aber was sonst jetzt hab ich keinen Farm brauchen würde Weaver ist mit Nein, wir müssen es gibt so ich werde es ist ist es nicht Ich bin zu langsam. Das Problem ist, wenn man nicht einfach da mal weiterkommt. Das Problem ist, wenn man nicht einfach da mal weiterkommt. Das Problem ist, wenn man nicht einfach da mal weiterkommt. Das Problem ist, wenn man nicht einfach da mal weiterkommt. Das Problem ist, wenn man nicht einfach da mal weiterkommt. Das Problem ist, wenn man nicht einfach da mal weiterkommt. Das Problem ist, wenn man nicht einfach da mal weiterkommt. Ach, scheiße, Mann. Ah, verdammte Axt. Gut. Oh, vielleicht auch nicht. Oh. 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 sich alle aufhalten. So. Und so erledigt man Weaver. Zumindest in der Theorie. In der Praxis sollte man auch lebend rauskommen. Aber hey. Habe ich eigentlich den... Naja. Audi. Naja. Ich habe Ewigkeiten keinen Lone Druid mehr gesehen, der so war. Ausgerechnet auf den... Wirklich jetzt? Dang. Hm. Was bringt mir das, wenn ich mich jetzt zurückkaufe? Hm. 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 Ah. So kann es dann doch noch gehen, aber... Ja, und OD hat jetzt natürlich wieder Vorrang. Ich weiß, ob wir das jetzt packen würden noch. Obwohl, die könnten sie tatsächlich kriegen. Ah. Was soll man machen? Mega-Creeps können wir echt schlecht verteidigen. Ich will just leave you. Okay. Okay. Oh. 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 das war natürlich jetzt wieder ich habe eigentlich den richtigen gespielt was soll man sagen draw und weaver ist eine elendige kombi spiel 1 gegen 1 solo mit ok captain's mode ok niederlage so gut dann sehen wir uns in der nächsten folge